Mir hat das gebracht, dass ich 15 Kilo abnehmen konnte, dass ich fitter bin. Man sieht sogar mittlerweile ein bisschen Brustmuskel. Das ist richtig genial. Meine Frau freut sich auch. Ja, moin Susanne. Ich bin aus Hamburg. Ich bin Sven Bitton, also aus dem norddeutschen Raum. Und jetzt gerade befinde ich mich in so einem kleinen Örtchen irgendwo in Österreich bei Simon in der Firma. Und ich habe auch noch dafür bezahlt. Also man mag es kaum glauben, aber das soll einfach zeigen, wie sehr ich mit Simon oder seinem FitLife-Programm verbunden bin. Mir hat das gebracht, dass ich 15 Kilo abnehmen konnte, dass ich fitter bin. Man sieht sogar mittlerweile ein bisschen Brustmuskel. Das ist richtig genial. Meine Frau freut sich auch. Ich kann Vorbild sein für meinen Sohn. Und ich sage es ganz ehrlich, ich kann das nur wegen Simon und seinem Team natürlich. Hintergrund ist, dass er mir beigebracht hat, das Wissen anzuwenden und zwar korrekt. Er hat sich die Zeit genommen, Woche für Woche mich anzuleiten, mich zu führen und mir einfach zu zeigen, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert Nahrungsaufnahme, was ist Nahrungsaufnahme, was ist Sport, was sind Muskeln, wie funktioniert das alles, warum muss ich jetzt das machen und nicht das. Und er hat mich angemotzt und mir gesagt, ich ernähre mich scheiße. Er hat gesagt, ich trainiere zu wenig. Wenn er nicht in Person, dann andere. Er hat mich auch bestärkt. Er hat gesagt, hey, das machst du richtig gut, das funktioniert, das läuft. Und heute bin ich 15 Kilo leichter, kann alles selber machen und freue mich, dass ich Simon kennenlernen durfte. Ich hoffe, es hilft jemandem von euch da draußen. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank.